So, jetzt steh ich also hier. Hm, ich muss doch sagen, also dieses Schwert juckt mich ja schon. Also es sieht ja nicht besonders aus oder so, aber es hat schon was. Ob es sehr cool, was dagegen hat? Na, mein Schwert hier, glaube ich. Das haben wir gern. Hallo, ich red mit dir. Du bist zwar mein Freund, aber das mit dem Schwert, das nimm ich dir über.